Ich glaube, wie er sich hinlegt. Ich habe ja gar nichts mehr jetzt hier. Oh Gott Leute, oh Gott, oh Gott. So, guck mal, da vorne ist sogar einer. Achso, ich habe ja keinen Smoke. Oder ich habe nur eine Smoke, so rum. Ich weiß nicht, ob der aus dem Turm jetzt weitergefahren ist noch so, mit seinem Ding da. Ich glaube, der immer nach oben hockt. Sieht eher so aus, als wäre der weitergefahren. Und ist jetzt irgendwo da vorne. Oh, hier geht es ja richtig rund an der Ecke. Oh, mein Gott. Push, push, push. Na, kommt er, kommt er, kommt er. Kommt er nicht. Der Reifen hat mich sogar noch ein bisschen weggedrückt von dem Monster Truck. Hier liegt ein Toter. Das könnte sein, dass er ihn gekillt hat hier. Ah ne, der ist schon gelootet. Dann ist er das nicht. Ich muss mir das Fahrzeug hier mitnehmen von dem Typen. Oh, hier kommt noch was. Das gibt es ja nicht. 28 Sekunden noch. Schnell noch schauen wegen Drop Loot gegebenenfalls. Und dann geht es ja nicht. Er rennt. Hat jemand gesagt, ich soll den Clip anschauen? Na gut, aber okay. Ich dachte, ich dachte, wenn ihr einen Clip in den Chat postet, dann soll ich mir den angucken. Oh, der hat die M200. Cool. Jetzt wird es langsam kalt. Wie weit haben wir es denn noch? Na gut, ich glaube, das schaffe ich noch, oder? Ja, eine Minute. Hm. Wenn ich meinen Snowboard nochmal benutze, dann könnte es sein, dass ich es reinpacke. So, machen. Sieht zwar so langsam aus, aber ich glaube, ich bin trotzdem so schneller. Mann, oh. Was habe ich denn hier oben, ey? Habe ich einfach nicht getroffen, oder was? Ich glaube, der hat sogar auf mich noch geschossen, der Typ. Lass mal die Gans auf den Hügel hoch am besten. Der will ihn ernsthaft looten gehen, oder was? Nee. 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 Boah, ich habe sehr wenig Heilung dabei Ich müsste eigentlich nochmal nach oben Ja, ich muss nochmal nach oben Mir die ganze Heilung da von den Leuten nehmen Er hat nicht gehealt, ne Deswegen habe ich auch, während ich nachgeladen habe Noch einmal kurz gepiekt, damit der Typ sich nicht heilen geht Weil er wollte an China-Challenge Beide in den Häusern drin Ja, geil Freue ich mich ja drauf Ich glaube, ich sehe ihn da oben sogar Hm, schade Das war aber nicht das, was ich gesehen habe Die sind beide irgendwie im selben Haus, glaube ich Das hat jetzt die Frage, wie viel Heilung die beiden Typen haben, oder? Ja 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 Ich glaube, ich muss abhauen Der macht den Heal bitte Ach, er ist oben Okay, ich sehe ihn Ich muss mich aber einmal kurz heilen Wobei, ich hätte ihn jetzt auch abschießen können Ja Ja, wir sind RIP, ey Wir sind beide RIP Ich schaffe es nicht mehr hoch Ich muss ihn jetzt kehren Na, ich muss jetzt Ich muss jetzt vor Ja Oh, Gott sei Dank, Mann Hoho GGs Oh Oh Mit dem letzten First Aid, ey Mit dem letzten First Aid, Mann Hoho Oh 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 The Jungle VIP I reached the top and had to stop and that's what's bothering me Oh 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 Oh